Doch, ich schwöre. Niemals hast du mit deiner XP-Fahn von Level 20 bis Level 16 aufgenebelt. Doch. Nee, als ob... Ich bin von Level 60. Uff. Ja, letztes Mal haben wir uns vielmehr soweit gefunden. Heute geht es aber nicht darum, wir wollen nämlich heute Karin schulen, weil Karin nicht so oft auf diesen Server ist. Und deswegen wollen wir ein ganz schönes bisschen leiden. Auf jeden Fall habe ich auch oft in einem Sachen gemacht. Ich habe halt die Haufe zwischen der Erze gefahren, ja, mir Mending, Mending gekauft, dass ich damit meine Schaufel und meine Leitschauer und meine ganze Rüste machen kann. Deswegen bin ich auch jetzt, ja, so ein niedriges Level, nämlich immer 37 oder so. Und das ist eigentlich recht einfach. Wir brauchen das nur nicht nur Schilder. Und ich springe mal ganz schnell in die Browser, weil wir einfach was kopieren müssen. Und das werden wir einfach dann einfach mit Steuerung v oder einfach auf die Kappen schlägt und damit kann ich die ganze Zeit zu bauen. Und dann braucht es vielleicht noch ein, zwei, 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 drei oder mehr oder sechs, schon wieder mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall im Browser angekommen, geben wir einfach da ein, wer das am besten nennt. Und dann kannst du trusten. Und danach geht es wieder in miners. Und dann kommen wir einfach hier ein Schild. und dann steht es da und dann können wir jetzt einfach die ganze zeit die genau die texte die ganze zeit unendlich oft auf gar nicht mehr nicht platzieren hat hier stehen auf platzieren steuern auf platzieren steuern auf platzieren steuern auf platzieren steuern auf wer sich in der saugung ist bei kari machen weil alle jahres katholiken an außerdem kann wenn er auf dem server und johlen sollte eine anhaltung die Kante 10 ein kann ich mich da schon starten zu Hause die ganze Schilder über das gleiche sie kaufen doch können wir einfach was dazu im Moment haben wir kein Schilder und ein paar Schilder ein paar Schilder jetzt ich sag euch wirklich nur wirklich ein paar Schilder ich will noch ein paar nicht wieder mit ein paar Schildern mehr können wir einfach weitermachen darauf kann ich nicht mehr muss haben auf diese Kulette wir auch nicht mehr ja wir auch auf Antibus ah spinne ich will auch einfach nur Karin mit ein paar Schildern um weil das nicht überall mit dem Land und schilder um hier überall die die um mannungen kann ich mir so kann ich mir auch so was und die dann schreiben er hat man schlittert und geht hin gehen. Das war jetzt unser Brief, den wir geschickt haben. Und ich würde sagen, zum Ende, zum guten, schönen Ende der Folge, machen wir diesen Stamm und diesen Baum weg. Also wir sagen, time, let's go! Untertitelung. BR 2018 So, das war das letzte Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne eine positive Bewertung da. Und wir gehen jetzt dann um 12 Uhr. Heute ist Julien. Bye-bye.